Was wir als Alleinstellungsmerkmal haben, ist das Thema WPC und dahinter versteckt sich ein Wood Plastic Compound. Das heißt, das ist ein Kunststoff mit einem hohen Anteil von Holzfasern. Da geht es bis zu 45 Prozent hoch und das ist natürlich ideal für Kommunen und Gemeinden, die auf diesen grünen Fingerabdruck achten wollen in der Gemeinde und da ein bisschen aktiver werden wollen.